hallo und willkommen zurück zu minecraft ich muss mal eben hier die lautstärke ein bisschen rum regeln weißt du weil sonst ist das ja zu laut und das wollen wir natürlich nicht ja so ist das gut so das letzte mal waren wir stehen geblieben als wir umgezogen sind ganz glorreich haben mehrere boote in den gefahren und ja jetzt sind wir hier in dieser lustigen koppelsturm bude und draußen ist es nacht und hey wusste dir schon mit der version 1.2 ist es nun möglich dass zombies da steht eins holzt schon kaputt machen können wenn irgendwie was passiert deswegen legen uns mal trotzdem hin aber vielleicht können jetzt gleich ich tue das schwert mal in die hand nehmen und dann gucken wir mal ach nee ist doch nicht dann das vier draußen ist allerdings im wasser das wird auch so schnell nicht anfangen zu bürgen ist ja der bürger so genau hier in den truhen natürlich noch alles umsortiert ganz klar machen wir natürlich wieder mal so so und so ich habe endlich eine neue maus ey nach 500 jahren ist sie doch noch angekommen ich hoffe das ist jetzt nicht mehr ganz so laut ist geklicken ich werde noch zwei boote ich bin ja vollkommen begeistert und einholz ach nee so dann die eisenachs er habe ich übrigens ich habe es endlich auf deutsch moment es ist wie so ein professioneller let's player weißt du die musik erstmal vielleicht noch so genau wie ein professioneller let's player so was wollte ich gerade sagen ich hab's wieder vergessen ich hoffe dass die klicke ist jetzt nicht mehr so laut und im rechner ist jetzt auch endlich ein lüfter um die neue große festplatte auf die wir zukünftig diesen müll ballern können die ist auch endlich drin und da ist ein gehäusendüfter drin damit es nicht alles zu heiß wird und ich hoffe dass man den nicht als also ich finde er ist ziemlich laut aber so die fackeln nehmen wir mal noch und ach ja brot ich komme gar nicht richtig mehr runter von meiner erzähl phobie was wollte ich noch sagen wir haben viel zu tun wir haben richtig 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 viel zu tun wir müssen das ist ja total beschrubbt aus ja wir müssen viel schaffen in dieser aufnahme denn ich habe hier eine kleine aufgabenliste man hat den zombie angucken nicht dass das noch anfällt so was haben wir denn hier auf dem zettel stehen acht scheiß auf 7 so nichtsdestotrotz cook cup frittilz Danke Level 9, yes Ähm, was ist das? Was wollte ich denn jetzt hier? Achso Also, auf der Aufgabenliste steht Eine XP-Farm machen Einen Minenschacht finden Eine Eiermaschine bauen Eine Erntemaschine bauen Ein ordentliches Haus bauen ETC, ETC, Indinator Mensch, das müssen wir alles noch schaffen Au, au, oh Ach, du Scheiße Weißt du, ich hab gestern auf diesem Schreibtisch aufgehauen Und ich finde, es sieht jetzt nicht anders aus Ach, Mensch So Nichtsdestotrotz ist genug gelabert Mir fällt jetzt erstmal hier den Baum Weil wir Sapplinge brauchen Weißt du? So, und ich mach mal hier Schon Schon viel besser Sappling Ja, hier müssen wir auf jeden Fall viel aufräumen Die Blumen kommen weg Das machen wir eventuell mal mit Bone Meal Später mal Wenn wir mal viele Knochen haben Aber jetzt muss das ja noch nicht sein Verstehst du? So Dann würde ich als erstes sagen Gehen wir erstmal Wo gehen wir denn zuerst mal hin? Ich würde sagen Zuallererst machen wir uns eine Farm Ja, ich glaub, das ist eine gute Idee Eine Farm Genau Ist ja echt übelst idyllisch hier Hier bleiben wir Erstmal Eine Weile Bis wir dann wieder auswandern Messer Ach, komm So, okay Dann stellen wir hier doch ein Sappling hin Auf das da schöne Bäume draus Willkommen So Samen kann man natürlich nie genug haben Und die Blumen nehmen wir natürlich auch mit Weil Was soll das hier? Was soll der Geiz? So Das klang mir gerade nach Schwein Ähm So Stellen wir mal hier noch einen hin Einfach nur, dass wir erstmal ein paar Bäume kriegen Und Äh Daraus folgend ein wenig Holz Deswegen machen wir eben noch den Baum hier hinten Perdue Jawohl Ja, ich hab übrigens auch endlich mal Playlists angefertigt Aus dieser vielen Musik Nicht, dass einfach mal 8-Bit Und dann sowas wie Ähm Apologize hinten drankommt Das alles nicht so Äh Der Brulant Deswegen hab ich da mal eben Playlists gemacht Was heißt mal eben Ich mein es waren 4 GB Musik auf nicht hoher Äh Bitrate Aber Ich hoffe mal Es Ist jetzt mit der Musik alles ein bisschen günstiger So Das tun wir natürlich erstmal alles mit hier rein Äh Wie lange wir jetzt noch hier brauchen mit Umbräumen und so Keine Ahnung Ähm Ist mir ein bisschen bursch Alles bursch So Dann Achja Wir brauchen Wir brauchen vielleicht Zaun Das ist ja alles gut und immer hier Ne das ist scheiße Komm her So Oh please So Achja Was können wir anders machen Nehm ich so hier Äh Zack 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 hier Ha Find ich nicht gut So Den machen wir hier wieder rein Damit wir nicht immer hier rumlaufen müssen Der ist senseless So Und zack Schon Viel besser Viel besser So So Den Zapling stellen wir gleich wieder hin So Ähm Was wollte ich denn jetzt nochmal Ich bin schon wieder so am Ähm Ach natürlich Wir wollten Holz Also Mit dir meine ich natürlich nicht Ähm Holz 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 Oh Schön 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 Nehmen wir mal das Ach du Scheiße Hier rutscht schon wieder Irgendwann mach ich's mit Klebewand am Schreibtisch fest Wenn das so weitergeht Ähm Die Stöcke nehmen wir noch mit Und Das Holz Okay Und Das Holz nehmen wir auch noch mit Ähm Kann ja nicht schaden Wenn ich mal eben gucken will Haben wir hier noch Holz drin Vier Stöcke Na okay Ansonsten ist ja auch nicht so mit großartig Und etc Ich hatte ja auch neulich ein Video hochgeladen Ähm Über Minecraft Ähm Das sah hier mit äh Grafikproblemen und äh Texturenpaket ist alles scheiße Aber Das hat sich gelöst Weil ich mit Minecraft Patcher Nicht auf der aktuellen Version Wer Version war Ähm Das hatte zur Folge Dass das Texturenpaket so ein bisschen Ich sag mal Und so ne Ein bisschen beschrubbt aussah Und aufgrund dessen Habe ich dieses Video gemacht Aber dadurch dass ich den Fehler jetzt gefunden habe Kann es wunderbar weiter gähnen mit diesem Rot Ähm Natürlich nicht Ähm Ich bin ja Und so Ähm Gibt es noch mal was zu sagen? Nö eigentlich nicht Ähm Bloß Um vielleicht mal die aktuelle Situation aufzuklären Ähm Minecraft Server ist äh Schön und gut Was ein bisschen Ein bisschen untertrieben ist So Hier Wobei Koppel ist schön und gut Was bringt uns eine Koppel Wenn wir kein Weizen haben? Shit Aber ich glaube Wir haben beim letzten Mal Allen Weizen zu Ähm Brot gemacht Wäre natürlich nicht so gut Weizen 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 Ja Okay Den packen wir aber mal noch weg Äh Und so So da ist schon der erste Baum gewachsen Aber das ist auch gut so Die Musik kommt mir total leise vor Ich hoffe dass Das liebe Aufnahmeprogramm es auch so leise lässt Und ich das dann in der Bearbeitung Schön hoch regeln kann So das machen wir mal weg hier So Muss ja nicht hier am Rand stehen Nicht dass da jemand rein hüpft Der nicht rein gehört So Dann machen wir mal hier Und jetzt machen wir nachher hinten So Du bist weg Zack zack Wo ist denn die Erde hin? Hier Brauchen wir natürlich gleich Zack Und hier bauen wir noch hin Tralalalalala